Sie heizen kosten- und umweltbewusst mit Pellets? Die Firma Transporte Falkner aus Hart im Zillertal liefert Ihnen diese natürlichen Wärmespender schnell, sauber und komfortabel direkt ins Haus. Für Josef Falkner, seines Zeichens Inhaber des Unternehmens und bodenständiger Landwirt, haben Nachhaltigkeit und Regionalität oberste Priorität. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Top-Betrieb eine der führenden Adressen für Biomasse-Transporte ist. Der moderne Fuhrpark sorgt für eine flotte und zuverlässige Lieferung aller Produkte. Aber auch bei Erd- und Baggerarbeiten sowie Silo-Schüttgut- und Baumaschinentransporten ist die Falkner-Truppe auf Zack. Zudem handelt man mit Stroh, Heu und Futtergetreide. Kunden aus ganz Tirol sowie dem angrenzenden Südbayern und Südtirol wissen die Verlässlichkeit und das faire Preis-Leistungsverhältnis in höchstem Masse zu schätzen. Wenn Pellets, dann Transporte und Agrarhandel Falkner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017